Ein Wunder, schönen guten Tag meine Lieben, Leutchen da draußen. Ja, heute gibt es mal ein kurzes Video, denn ich muss euch was zeigen. Denn ich habe mein neues Handy. Ja, ihr hört es schon im Hintergrund, da läuft mein alter Stream von letzter Woche. Und ich kann euch sagen, ich bin morgen wieder live. Aber jetzt kommt dieses neue Sony Handy für 499 Euro. Und das Handy ist echt genial, Bildlösung ist geil. Tonqualität ist geil. Ey, dieses Handy macht einfach nur richtig geil Spaß. Ich weiß nicht, wie das Telefon ist mit 1500 Euro. Ja, also ich habe es mir jetzt selber übersorgt. Und durch meinen neuen Vertrag, den ich abgeschlossen habe, auf T-Mobile. Ja, und ich bezahle weniger als vorher. Cool, ne? Vorher habe ich so um die 85 Euro gezahlt. Jetzt sind nun noch so um die 20, ich glaube 20 oder 50 Euro war es. Und das Handy wird einmalig bezahlt. Und ja, jetzt drehe ich die Kamera. Und ihr seht's. Ähm, ich werde mal schon mal quer drehen. Das sage ich jetzt schon. Also heißt, ich drehe mich schon mal quer. Und ähm, ja, jetzt muss ich meine Hand erstmal ein bisschen aufpassen. So, jetzt drehen wir komplett die Kamera. So, Abspruch. Nein, Landbau, aber ganz gemütlich. Herrlich. Allein die Bildauflösung ist genial. Kus, Kus geht raus. An Zuni. Und bei allen Dingen, ich kann alles so bedienen wie bei meinen alten Zuni. Ich konnte es mich nur einstellen. Und ich komme damit klar. Ob das also nicht so viel geht, oder? So, ich wünsche euch viel Spaß damit. Zum Abschluss wünsche ich euch, wie gesagt, viel, viel, viel Spaß mit. Und ja, wir hören uns morgen wieder auf YouTube. Gegen 90 Uhr denke ich mal, werde ich das schaffen. Wenn nicht ein bisschen später, also gegen 20 Uhr, das schaffe ich auf jeden Fall. Denn ich habe morgen ein bisschen was vor. Habe ein bisschen Vormittag zu tun. Nachmittag bin ich nicht zu Hause. Ja, Nachmittag bin ich mit meiner Kumpeline ein bisschen unterwegs. Wollen so ein bisschen Stadtbummel machen. Und ja, mal gucken, ob das jetzt alles so entwickelt, wie sich das gehört für eine Frau mit dem Kerl. Und drückt mir mal die Daumen, dass es so wird. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ciao, ciao.